Na, ist das gar nicht. Ui, nein, ich wollte sie verjagen. Die kommen schon wieder, oder? Jetzt werden so viel mehr kommen. Ja, ja. Da waren jetzt auch schon drei. Na schau, die sind ja total öfter. Zu dreulich, ja. Ich sehe nicht recht, aber jetzt haben wir einen Hund mit. Gitti, komm her. Gitti, komm her, da ist er gut zum Fotografieren. Ist der süß, den nehme ich mit Heim. Darf ich dich streifen? Schau, 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 schau. Er muss sich das überlegen, Lida.